So Leute, und jetzt noch ganz kurz bevor das eigentliche Video startet, ich möchte als kleines Dankeschön für euren kranken Support in den letzten Wochen ein kleines Gewinnspiel für euch raushauen. Und zwar habt ihr aktuell die Möglichkeit, auf meinem Instagram-Kanal zweimal einen 50-Euro-Amazon-Gutschein zu gewinnen. Und das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist mir erstens auf Instagram zu folgen, zweitens mein neuestes Beto zu liken und drittens zu kommentieren, warum ihr diesen 50-Euro-Amazon-Gutschein gewinnen möchtet. Ja, und auf Instagram heiße ich ganz einfach lumex.official, könnt ihr einfach suchen oder auch einfach auf den ersten Link in der Beschreibung drücken, da kommt ihr auch direkt zu meinem Instagram-Kanal. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen, ich wünsche euch ganz viel Glück, Leute, und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Let's go! Yo, Leute, was geht ab? Und damit willkommen zurück zu diesem erneuten YouTube-Video uns... Ja, Pat, der ist schon... Ja, Leute, ihr habt's am Titel richtig gelesen, heute gibt es mal ein Opening-Battle hier in Stummelgeist. Und ihr habt schon gesehen, wir sind nicht alleine... Kevin ist da raus, ist ja gar nicht ausgeschlafen. Kevin, ich bin schon jetzt spät zu Bett, ja, aber egal, ich würde sagen, wer ist am Start mit dabei, ist wieder der Ehrenbruder Pat. Was geht ab? Mit dabei ist Lukas. Moin, moin, was geht, Freunde? Und ich würde sagen, können wir anfangen und... Nein, Leute, ich fasse, Kevin ist auch noch am Start. Kevin, das Ei ist auch da. Und ja, ihr seht schon, wir haben uns hier alle... Wir haben uns hier alle schon für viel, viel Geld Stummel-Togens und Champs aufgeladen. Deshalb machen wir heute einfach mal ein 1500 Euro Stummelgeist-Opening. Wir haben uns hier alle auf jeden Fall schon für viel, viel Geld Stummel-Togens aufgeladen. Ich weiß nicht, wie machen wir das mit der Punkteverteilung am besten? Ich würde sagen, Punkte machen wir für den Special Skin und für legendär und für episch. Vorschläge? Perfekt, Jungs, sehe ich auch so. Ich würde sagen, Punkteverteilung machen wir so. Für einen Special Skin gibt es 20 Punkte. Für einen legendären gibt es 10 Punkte für einen epischen 5. Und das wäre die Punkteverteilung an der Stelle. Ich würde sagen, machen wir noch extra Punkte für den ersten Special Skin. Ich würde sagen, dann gibt es einfach nochmal 20 Punkte obendrauf. Gehen wir alle mal in den Shop und fangen hier an mit unseren ersten 10 Spins. Ich bin hyped. War drei, oder? Let's go. Drücken wir drauf. Drei, zwei, eins. Okay, die ersten 10 Spins sind hier am Start. Ich bin gespannt. Let's go, man. Okay, okay, okay. Direkt gegen der. Let's go. No. Okay, krass. Okay, okay. Tschüss. Egal, das war's. Nur mal, Lukas hat fast einen Spezial Skin bekommen. Was? Okay, ich steige. Nee, ich habe hier nur epische Skins bisher, leider. Ich hatte fast den Sai Tai-Shu-Gun. Da waren wir schon wieder auf fast. Egal. Also, letztes Mal, letztes Mal hat es schon gut gegönnt. Ich hoffe mal, dass es heute wieder gut gönnt. Ich hoffe auch. Auf jeden Fall. Gönn jetzt! Gönn, gönn! Gönn, gönn! Oh, oh, oh! Oh mein Gott, war das close! Das war so close! Digga, war das close! Alter! Ich war gerade so, habt ihr gesehen, wie close ich am Spezial Skin war? Ich dachte schon, dass wir es jetzt haben. Oh, oh! Oh nein! Ey! Das war schon wieder so richtig knapp. Luca, das hat noch einen legendären. Ich habe noch nicht nur einen einzigen. Oh, ich habe auch noch keine legendären, meine Freunde. Doch, doch, war das allen fett. Das war Spaß. Ich wollte gucken, ob ihr aufgepasst habt. Ja! Okay, zwei. Okay, gehen wir direkt an in die nächsten zehn Spins. Let's go! Let's go! Let's go! Okay. Oh mein Gott, lieber Stumblegeist, ich möchte einen speziellen Skin. In den letzten Aufnahmen haben richtig viele gefragt, wer Lennox ist, ne? Echt jetzt? Ja, ja, in den Kommentaren. Wir müssen das mal erklären vielleicht hier. Ja, okay, also. Vielleicht jetzt nochmal hier zur Aufklärung, weil vielleicht hier, ja, ich weiß nicht. Ey, Benz! Ne, das Ding ist halt, das ist so ein Joke unter uns. Ihr wisst, so mit Vornamen ansprechen und so, das triggert uns ein bisschen untereinander. Und deswegen nennen wir ja lieber Patrick, immer Lennox. Also die, die es, ja, immer noch nicht gewusst haben. Ich heiße Lennox, das ist mein Name. Aber an der Endstelle würde ich sagen, könnt ihr alle gerne mal Hashtag Patrick in die Kommentare schreiben. Also mich stört's ja nicht, wenn man Lukas sagt, ne? Ich heiße ja so auf YouTube. Ja gut, bei dir ist es anders. Ja, ja. Ey, aber Patrick ist auch noch nicht so schlimm. Ja, Patrick geht, aber. Ey, ich glaube. Ey, hörst du an wie so die Mutter. Patrick! Patrick! Hast du das Zimmer aufgeräumt? Patrick! Hast du das Zimmer aufgeräumt? Oh, let's go dem Crimson Skull. Crimson Skull, okay. Ich hab auch den Crimson Skull. Ein Legendärer wieder. Sehr nice. Let's go, weiter geht's. Okay. Jetzt kommt der Spezial. Ich spüre das. Oh mein Gott! Ey! Lol. Also, ich sag ehrlich, ich hab richtig Bock auf den Anubiskin. Mhm. Den will ich unbedingt ziehen heute. Den Anubiskin? Der ist wirklich wild. Ja, der ist krass. Hey, Anubiskin kann man doch gar nicht ziehen. Ja, mit ein bisschen Tricks vielleicht schon, du merkst. Okay, 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 okay. Okay, wirklich schweil. Nein! Oha, das Ding ist halt. Schade. Ich glaube, es wird halt wirklich so, wenn man am Ende die meisten Legendären hat, würde das Ding, denke ich, mit nach Hause nehmen. Mann, bisher hab ich gar kein Glück irgendwie. Ich auch nicht. Ich hab mal schon ein paar Legendäre so, aber ansonsten jetzt auch noch kein Glück. Vielleicht muss Kevin das Glücksrad ein bisschen nachhelfen. Vielleicht. Ein bisschen mitrandrehen. Achso. Ja, das kann ich überheuzen. Ich überheuze. Das stimmt, Kevin gar nicht. Ich hab einen auf den hier. Oh, oh, super geil. Oh nein, schade. Aber ich kann einen Tornado entzünden. Okay, ey, Kevin, was jetzt da? Erzündet den Tornado. Okay. Das war's komplett. Okay. Okay, ein Legendären wieder. Wie viel habt ihr gehabt? Ich hatte auch einen. Ich hatte auch einen. Okay, krass. Okay. Komm schon, ey, jetzt muss das Special Skin kommen. Also, ich will auf jeden Fall den Inferno-Drachen-Holz ziehen. Was, was, was? Lecherlich. BAM, Junge! Hä? Was passiert? Was? Er hat ein Special Skin gezogen. Er hat den ersten. Aber jetzt ganz... Aber ich hab getrunken. Du hast nicht gesehen. Digga, du hast ganz gehört auch. Ja, Ken war voll abgehackt. Ich mach mal, was machst du? Was gehörst du, Lukas? Äh, es war Sai Tai Shogun. Ich hab den Grügen gezogen. Krass, krass, krass. Digga, wie schnell waren. Supergei. Nice. Was? Oh mein Gott. Das war so close. Supergei. Nein. Ey, was ist so euer Favorite-Legendärer Skin? Was würdet ihr sagen? Fast. Der, der Dings. Supergei. Der ist cool. Entweder der Banana Guy oder der Goblin Meg. Was ist denn Goblin Meg? Das ist der Typ, der... Ich hab Banana Guys nicht gerade. Let's go. Und Kevin hat einfach den ersten Special Skin. Oh mein Gott. Geisteskrank. Das bedeutet einfach schon mal, er kriegt hier, äh, die, äh, was haben wir gesagt? 20 Punkte extra, gell? Ja. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Okay. Jetzt direkt den nächsten. Yala. Oha. Und haben wir überhaupt MK3, oha. Beide einen legendären Skin. Okay, krass. Krass, 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 krass. Und, und. Hey. Ey. Denkt ihr, es ist möglich, vier Legendäre in zehn Spins zu sehen? Das, äh, das wäre geisteskrank. Ich hab jetzt gerade auch einen legendären, aber deswegen ist es... Pat hatte ja letztens schon mal drei Legendäre, meint ihr, vier sind möglich? Ich glaub, ich glaub, hier sind die gar nicht möglich. Doch nicht. Doch, mathematisch gesehen schon. Ja, ich glaub, aber die haben nur sowas eingestellt, was das nicht geht. Ja, save, ja, save, irgendwas eingestellt, dass das nicht geht, so. Ja, ja. Rigged. Oh! Uh! Lol, fast den blauen. Riss Ninja. Seh hier grad, Kevin zieht hier ein legendären nach dem anderen. Geisteskrank. Lol, vielleicht hab ich jetzt gleich vier liegen. Höh, was? Nein, 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 stopp. Stopp. Oh mein Gott. Ey, ich bin sehr, sehr gespannt, Mann. Ich hab zwei legendären ja gehabt. Ey, langsam muss auch mal mein Slash-Skin hier kommen. Jetzt kommt auch meiner. Ich weiß das. Ich spür das. Ich muss ehrlich sagen, also... Zwei legendäre. Ob ich jetzt schon so viele legendäre hatte im Vergleich, weiß ich jetzt nicht. Bitte! Oh, das Ding ist, Kevin hat bisher bestimmt einen guten Vorsprung mit seinen... Das ist aber nur ein legendären irgendwie. Das Ding ist halt, wenn du halt, wenn man halt zwei, äh, nee, man muss insgesamt doch zwei legendäre Skins mehr haben, hat man quasi diesen Bonus von Kevin schon wieder raus. Stimmt. Wenn man ein bisschen Glück hat, ist es auf jeden Fall möglich, trotzdem rauszuholen. Aber okay. Okay, gern, gern, gern. Ich ziehe Duplikate. Das Ding ist halt, Duplikat, special Skins, ziehen ja nicht mit, gell? Oder? Nee. Wir machen hier nur neue Skins und Lucas zieht dir die nächsten legendären, Digga. Das ist ganz stark. Ja, warte, Poker, let's go. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Der Fuchs. Der Fuchs. Ah. Der rote Fuchs. Der rote Fuchs. Der rote Fuchs. Digga, ich zieh einfach keinen Spezialisten heute. Das war knapp. Ja, legendärer, sehr nice. Ich hab jetzt, okay, einen legendären. Achtung, jetzt, Leute, in diesem Zehnsbild ist der Splash Skin drin. Ich riech es. Ich riech es. Achtung. In diesem Zehner. Ich riech es noch mal. Ja. Ja. Digga, aber wieso hat Kevin so früh jetzt einen schon gehabt? Digga, ich weiß, das letzte Mal hat das so lange gedauert, gell? Aber ich zieh es nach. Ich zieh es nach. Was ihr auch wisst, wenn ihr einen legendären Skin zieht, ist die Wahrscheinlichkeit in der Runde noch einen Special Skin zu ziehen relativ niedrig. Das heißt, wenn ihr lange keinen Legendären zieht, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr vielleicht noch einen Special Skin zieht in der Zehnerrunde. Gooooon. 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 Ja, let's go. Ja. Ja. Was? Was? Let's go. Was? Was? Digga, wir werden genau gleichzeitig. Schlag ein. Schlag ein. Ja. 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 Genau gleichzeitig. Ja. 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 Geisteskrank, Digga. Geisteskrank. Das ist krass. Digga, ja. 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 An derselben Stelle. Ja. 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 Ich muss pusten Jetzt kommt er, passt auf, der kommt jetzt Ich glaube, Lenny, das, was du gerochen hast, waren die zwei Special Skins beieinander Ja, ja Kann durchaus sein, ja Den Eindruck habe ich auch Bitte gönnen Sie jetzt Bitte einen Bitz Ich glaube, ich muss mich jetzt dreimal im Kreis trennen, dann kommt safe ein Special Skin Oh ja, nee, viermal Viermal, okay Eins Zwei Drei Und vier Jetzt kommt er Jetzt kommt er, jetzt kommt er Ich glaube, du hast aber gerade das Lack für mich geschworen Ja, das kann auch sein Du bekommst einfach nur ein Duplikat Oh, okay Also ich bin der Einzige gerade ohne den Special Skin Das macht gerade ein bisschen Priser und Fleek hier auf jeden Fall Was, 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 was Was, 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 stopp, stopp, stopp Ist nicht passiert Ihr habt auch gesagt, dass das Lack für mich gerufen Digger War das ein Duplikat? Weiß ich gar nicht Nein, nein, war es nicht Nein Das war der Blitz-Ninja Stimmt Das ist krass Digger, geisteskrank Kevin hier am Abhau Wie scaring die alle die Screenshotel macht Oh, fast Loll, Lukas hat es fast geschafft Ja, das wäre bei mir ein Duplikat-Deutsch gewesen, oder? Statt, gibt es auch so extra Puls Gibt es so extra Puls, mit denen er als letztes so Special Skin zählt vielleicht? Du kriegst gleich noch minus 10 Punkte, so ein Ding Oh nein Lennox hat immer noch keinen Kraft Digger, das ist das Geisteskrank, was hier abgeht Das ist der echte Kurs, ne? Noch keinen zu hauen Also, wir Mach nochmal so ein paar Tricks, dann ziehen wir nochmal welche Ich glaube, wenn ihr Oh, 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 oh Wenn ihr jetzt alles so die Daumen drückt Ihr müsst jetzt alles so die Daumen drücken Und ich glaube, wir beschwören jetzt Nein, die Geistes war zu früh Wir beschwören jetzt gleich den Special Skin Spätestens in den nächsten 10 Spins Nein Schade Geisteskrank Da kommt ein Lokomotiv angefahren Okay Das war eine sehr gute Duplikate gerade, ehrlich gesagt Geisteskrank Nein, das ist ein Creeper Das ist ein Creeper Ich hab einen Creeper bekommen Wie viele Star-Metonges habt ihr eigentlich noch? Wenn er stehen bleibt, mach ich immer einen Schlag Ich hab 1800 eben noch Ich hab noch 2600 Das Ding ist, Kevin Und jetzt? Ja, ja Let's go Let's go Ja Nein Let's clincher Let's go Ich hab doch gesagt, das Daumen drücken Das war's, Jungs Das Daumen drücken Daran lag's Warst du ein Goldhard nochmal? Nee, es war der Zug, der durch mein Zimmer gefahren ist Der hat auch nochmal langgebracht Safe, safe Boah, aber ich bin gespannt, wer halt am Ende die meisten Goldene Skins pro Lack hat Das ist, denke ich, am Ende das, was halt auch ein bisschen zählt Ja, safe, safe, muss ich auch sagen Ja, aber bitte noch einen Spezial-Skin Ich muss beten Wenn ich bete, kommt jetzt einer Warte Er betet Geisteskrank, Geisteskrank, was hier abgeht Heftig Kommt schon Jetzt aber Da wird noch 1600 Tokens 1600, okay Ich hab eigentlich noch ein bisschen mehr gerade im aktuellen Moment Aber ich konnte mir ja auch mehr kaufen Da ja auf Apple aktuell die Preise ein bisschen höher sind, gell? Hier ist nochmal ein neuer Der Shogun Master heißt der Auch ein nicer Skin Ah, krass, krass Ich glaube, jetzt kommt mein zweiter Special-Skin Passt auf Ich überhole dich jetzt alle Passt auf Jetzt Noll Okay, krass Jetzt kommt der zweite bei dir Jetzt kommt der zweite Special-Skin hier Aber krass Bei Peck ist heute ein bisschen Anlag, gell? Das letzte Mal hat Peck ein bisschen mehr Anlag gehabt auf jeden Fall Ja, ich weiß auch nicht Wie gönnt der heute nicht so Heute bei Kevin, das ist krass Ja, ich zieh noch einen jetzt Bei Kevin ist heute geisteskrank Also Wie schnell der zwei Special-Skin Oh, ich hab Dr. Egg gezogen Okay, sehr stark Das ist ein Zeichen Das ist der Dr. Ayakob Oh nein, war das Klaus schon wieder Der Dr. Ayakob Ja, ja, der ist so Dr. Egg Ja, deswegen erkommst du dir Ja, ja, genau So, komm schon Ja Es wär die Karte aber gewesen Bei dir, Lukas, oder? Äh, ich weiß gerade nicht mehr Aber ich den Sein-Teil-Skin nicht hatte Ich glaub, wir müssen jetzt gleich Alle mal Drache erwache sagen Ich hab dann kommt bei jedem Der Entferno-Dragon Drache erwache! Aber ich will den gar nicht Ja, ich will den aber Drache erwache! Ah, der König Ich weiß nicht Jiiiihuuu! Was war euer erster Special-Skin eigentlich? Äh, Sein-Teil-Schon-Gun tatsächlich Also, ne, heut Ne, meinst du allgemein jetzt? Allgemein auf den Account Äh, Sein-Teil-Schon-Gun Boah, ich weiß es gar nicht mehr Der Inferno-Dragon, glaub ich Oder der Ninja Der Warmblitz-Splitz-Ninja Ich weiß es nicht mehr Drache erwache! Drache erwache! Drache erwache! Drache erwache! Drache erwache! Jetzt kommt der Dragon! Was macht, was macht Kevin denn jetzt? Kevin, geht einfach Stopp, Kevin Wenn er jetzt den Special-Skin zieht Wenn er nicht da ist Dann wärst du's komplett Jujujuj Ja, ich hab einmal im Stream Den, äh, Special-Skin gezogen Als ich gerade weggeguckt hab Und mit Google-Support geschrieben hab Loll Nice War ein bisschen lost Äh, Pat, was hast du da grad vor Mit deinem Go-X-Slayer Was hast du davor gerade? Ich wollt'n Beat aufnehmen Kevin, du hast einfach Du hast einfach Gäften Goldschlitz gezogen, Kevin Kutz, kutz Kutz, kutz 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 Kevin Sing den Drachen-Song, Kevin Ich bekomm ihn Ah, hier Drache Erwache Drache Erwache Drache Erwache Drache Erwache Kutz Kutz Kevin, hast du ein Duplikat? Ja, aber ich hab ein Special-Skin gezogen Was? Aber es war ein Duplikat Nein, er hat schon wieder den Zweck Was? Oh mein Gott Oh mein Gott Duplikat, Digga Pet, Pet, Pet reicht Ja Pet, da durchtrainiert Hey, was ist das denn? Kevin, du musst auch jetzt ein tolles Lied für mich spielen, damit ich auch noch ins Badges kann ziehen Kevin hat schon drei Stück heute, das gibt's nicht Das Ding ist, Kevin kriegt der Aber ey, Lennox Kurze Frage, nochmal Wieso hast du eigentlich als einziger mehr Stumble Talks für das Opening? Ja, liegt daran, dass er halt bei Apple teurer ist und ich ein bisschen mehr kaufen konnte Aber ist egal Digga Kevin hat alleine 1400 mehr wegen seinen zwei Duplikaten Hä, ich hab nur ein Duplikat Ah ne, stimmt, nur eins Aber dann heißt es ja dennoch trotzdem 700 mehr, das sind 20 Spins Komm schon Helicopter, Helicopter Oh mein Gott, Mann Habt ihr schon mal eine Ukulele gegen den Kopf bekommen? Nein, aber du kannst gerne auch so mit Kevin Lass mal, aber du gleich Okay Hat sich hohl angehört Nein, es war die Ukulele, die ist hohl, ja? Das will ich jetzt mal sagen Warte nochmal, einmal noch, einmal noch Ei gegen Ukulele Komm schon Was ist hier los? Jetzt mal wirklich, wir bekommen, du Müll Ja, also es herz gehört, Sammelgeist hier wirklich nicht Aber ich glaube, ey, jetzt langsam muss hier noch ein zweiter Species finden Komm, ich rieche ihn Ich glaube, der kotzt jetzt Also ich rieche, ist ein Duplikatspeziales Ich dreh hier Ich dreh mit Ich dreh Und ich dreh Und ich Und ich dreh 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 Wie ein Flieger So stark 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 wie ein Tiger So groß Digga, warst du noch der richtige Text? Ja, scheiß drauf Ich glaube nicht, oder? Kevin ist schon wieder absent hier Ich glaube es nicht Oh, noch zwei neue Legendäre Boah, krass, krass Ich kann nur noch zweimal 10 Spins machen, dann bin ich durch Was? Nur noch zweimal 10 Spins? Oh, oh mein Gott Da war fast, da war fast der Entfernung Aber Digga, ich habe erst einen Spezial-Skin gehabt Ja, ich auch Also, das ist hier gerade echt wirklich unlucky So, boah, und, 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 und Okay Krass, krass, was hier abgeht Oh, jetzt Letzte Oh mein Gott Das war schon wieder so close Wo ist Kevin denn eigentlich? Kevin Kevin, der Der ist einfach absent Der steht Der zieht mich schon mit Haufen Spashes Wenn er nicht da ist Ich sehe es schon Komm Hat Kevin eben das Angestoßen Oder ist der gerade unterm Tisch oder sowas? Nein 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 Ach du heilig Nein Hallo Moin Kevin Ich habe Ketchupwasche bringt jetzt Glück Ich glaube, danke Kevin Jetzt, Kevin, Achtung Du bringst mir jetzt, glaube ich, jetzt Glück Ich glaube, ich ziehe jetzt gleich die zweite Spezial-Skin Für das Ketchup-Volk Für das Ketchup-Volk? Ja Digga, ich kann nur noch 10 Mal oder so drehen Was? 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 Oh nein Geisteskrank Lennox, wir sind wohl hier Ey, Bruder, bei uns läuft gerade gar nicht, Patrick Ich sage dir ehrlich Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht Ich hatte zu viel Glück in den letzten Folgen Das hat heute ausgeglichen Das wird heute ausgeglichen Leider Was? 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 Der vierte Der vierte Der vierte Ja, ja, ja Digga Ey, wirklich Kevin, Bruder, was du machst Das ist unnormal Das ist crazy Alter Du brauchst halt eine Ketchup-Flasche dafür, Jungs Digga, also Kevin, war das jetzt ein Nublikator oder war das ein Neuer? Ne, es war ein Neuer Digga, nein Jetzt fehlt nur noch der Drache Laber nicht Ey, Kevin, bitte Du musst jetzt ganz kurz irgendwas sagen Dass ich jetzt ein Special-Skin ziehe Komm, sag irgendwas, Kevin Eine Tomaten-Ketchup-Flasche Gib mir mal ein bisschen Glück ab, Kevin Kevin, dank dir ziehe ich jetzt ein zweites Special-Skin Pass auf Achtung, ich bedick das jetzt Egal, wie kann eigentlich Kevin so viele ziehen? Der cheatet Verste ich auch nicht Der hatte Der ist heimlich mit dabei bei Stumblegeist, glaube ich Ich mein, sieh ihn dir mal an So stellen wir uns die Stumblegeist-Mitarbeiter vor Ja, ja Auf jeden Fall, Mann Komm schon Komm schon Special-Skin Special-Skin Special- Ja, danke, Digga Was? Digga, ey Ey Hä? Nein Wer startest du? Digga, ich hatte den Ninja Ed hat einfach den Dings, den Ninja gezogen LoL Digga, ey, ich bin, ich bin gerade da Ey, das ist Ey, Nennox, danke für die Motivation Ja, komm an, nein Nein LoL Ich dachte, jetzt hätte ich alles Tops genommen Nein, nein Ich würde mich überhaupt so In 10 Spins 2 zu ziehen Das geht Ich habe schon mal 3 gezogen Ed hat schon mal 3 gezogen In 10 Spins Ja, ja, ja Hä? Ja, der hat, der hat insgesamt 13 Da irgendwie 12 oder 13 Special-Skins gezogen Insgesamt In irgendwie 100 Spins gefühlt Das ist doch unnormal krank Ja, ja Ne, pass auf Jungs So ein Ding Ich mache jetzt einen einzigen Spin Passt mal auf Einen einzigen Spin Okay, dann Passt auf Passt auf Passt auf Achtung Ja, war ja Alle guten Dinge sind 3 Alle guten Dinge sind 3 Ich mache jetzt nochmal einen einzigen Spin Passt auf Achtung Konzentration Also Alle guten Dinge sind 3 Ja, ich kann jetzt nur noch 5 Spins machen Krass, okay, komm Ich mache jetzt hier noch einen Spin Komm schon Komm schon Oh mein Gott, Digga Ich ziehe, ich ziehe nicht Boah, ich bin noch den Captain Goldhardt Der will ich noch Boah, das wäre krank Wirklich Auch ganz Ehre Ah, komm Komm schon Komm Ich brauche, wenn ich Ich muss heute wenigstens noch Ja, 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 nein, nein Was bediktet mit Was kommt Kevin gleich wieder? Was bediktet ihr? Was denkt ihr? Äh, mit dem Hühnchenkostüm Hühnchenkostüm Hä? Ja Nein 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 Digga Nein Oh man Ich bin gebrochen Ich bin gebrochen Duplikat Digga, ich bin gebrochen Das kann es nicht sein Ey, das, das kann es wirklich nicht sein Okay Und ich kann noch einen Spin machen Ich bin so gebrochen, Jungs Das war es komplett Ey, Kevin Ich habe gerade einfach Blitz Ninja nochmal gezogen Einfach Duplikat Lol Ich habe eigentlich gerade mein Osterhasenkostüm gesucht Aber das habe ich nicht gefunden Oh, nein Der allerletzte Spin Dann habe ich genau 0 Token Wenn ich jetzt keine Blitz habe bekommen Was? Der allerallerallerallerletzte Ich habe gewonnen Ich habe alle gezogen Hä? Nein, nein Nein, 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 nein Digga Nein, geht nicht Laber nicht Das war jetzt der fünfte Digga, ey, 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 ey Ey Alter Junge Digga, das kann es nicht sein Digga, das kann es nicht sein Also ich bin auch fertig mit Sin Ich habe alle geholt, die ich konnte Soll ich jetzt noch selten machen? Ja, ihr könnt jetzt noch selten, solange ich Spinfall Ihr habt ja immer noch eine Chance auf legendären Skin auf jeden Fall Ihr könnt da also noch, wenn ihr Püren kann Aber echt lange dauern, oder? Ja, so lange wie Kevin und ich müssen ja auch noch ein bisschen Spin hier Ey, und dass ich bisher Ey, ich habe bisher nur ein Special Skin, Digga, das ist Das ist, das ist, das ist dumm Das ist wirklich lame Ja, 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 nein, nein Mann Oh mein Gott Kevin, wie viele Trinken hast du eigentlich noch Tokens? Hä, Kevin? Was? Was? Was macht Kevin da? Kevin ist gerade am Trinken Ich habe getrunken Ah, okay Ich habe noch zu 400 glaube ich Ich habe noch 1300 Leute, Doktor Eggman Ey, Leute, komm schon, ihr müsst jetzt sagen, Drache Erwache Drache Erwache Da kommt der Drache Erwache Drache Erwache Drache Erwache Ich will kein Special Skin mehr, dann kriege ich Duplikate Ja, ja, stimmt Ich will kein Special Skin Ja, den will ich Ah, schade Ey, das gibt's nicht Komm schon Jetzt kommt der Ich habe zum Gespür Der kommt jetzt Mach mir gleich Nudeln Kevin Ey, das ist geistert Guck mal, ich habe einfach Zwei Special Skins Davon ist einer ein Duplikat einfach Und Kevin einfach mit 5 Special Skins Er hat einfach schon alle Er hat einfach Digga Das ist Geistertank Kann ich jetzt eigentlich wieder nochmal am legendären oder epischen Glücksratis Team Ja, klar Natürlich, natürlich Komm schon Jetzt, der muss jetzt Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Special Skin Special Skin Special Skin Special Skin Ich habe noch 1100 Komm, jetzt aber Jetzt Jetzt Pokus 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 Eine Drehung im Kreis Oh, scheiße Jetzt höre ich euch nicht mehr, weil ich mein Kabel ausgerissen habe Ne Scheiße, warte Ne Blumeck stinkt Der stinkt so hart, ey Boah, das riecht bis hier Ja So ein stinker Kopf So, jetzt Passt auf Jetzt Passt genau auf Der kommt jetzt Jetzt kommt er Ja In diesen 10 Spitz kommt er jetzt Passt auf Ja In diesen 10 Spitz kommt er, pass auf Ich gucke Ich ruke Mach kein Auge Kevin Ich ruke Ich ruke Ich ruke Kevin Ja Dieser Automat gönnt einfach nicht Wirklich Der gönnt wirklich nicht Bitte kein Special Skin Lukas, du hast gerade einen Link in die angezogen, gell? Ja, ja, den ersten jetzt, ja Bei dem Rad Krass Das Rad der Weisheit Ey Komm schon Geiz Denk mal, Kevin ist übelst weit vorne, oder? Der hat ja auch schon den ersten gezogen, alter Ja, ja Das ist krass Oh, Digga Ich hätte fast ein Duplikat noch gezogen Digga Der war ja noch nicht genug Ich kann jetzt noch Ich glaube so Ja, ja, ja Los Yes No Bam Alter Alter Digga Ey, jetzt hab mich euch überholt Ich hab jetzt insgesamt auch schon drei gezogen, gell? Drei? Ja, wie was du, Pat? Ich hab zwei, aber... Nein, ich hab zwei unterschiedliche Nein, ich hab zwei unterschiedliche, aber drei insgesamt halt, weißt du? Ja, aber die Duplikate zählen nicht, oder? Ja, aber... Ja, die zählen nicht Aber ist halt nice to have für... Für halt... Einfach so Einfach so Einfach für die, ey, für die Summit Token halt, weißt du? Das stimmt Das stimmt So, ich kann jetzt noch so einmal drehen Ja, zweimal kann ich drehen Zweimal kann er noch drehen, okay Okay, 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 okay Juhu Juhu Oh shit Juhu Loll Ein Jodler Ja, Mann Ah, ich kann, glaube ich, noch einmal drehen Ein einziges Mal noch Äh, ey, komm schon Jetzt muss... Letzter Spin Bei mir auch der Lenz Special Skin Oder auch nicht Ey Also ich kann... Ah, das ist cool Ich kann noch... Noch zweimal 10er Spins kann ich jetzt machen Ihr müsst ihr jetzt ein bisschen... Ein bisschen wünschen Ich kann das hier nämlich noch aufholen Kevin, glaub mir Ich bin dicht hinter dir Ich komm, Kevin Ich komme Okay Ihr müsst sehen, ich ziehe jetzt hier noch zwei weitere Special Skins Zwei neue Ja, nochmal einen neuen Legenden der tatsächlich Echt? Gras, okay nice Ja Machen wir mal einen epischen Oh, komm schon, komm schon Komm schon Komm schon Ey, da musst du jetzt gönnen Komm schon, gön, 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 gön Ja Ey, komm schon Ey Komm, noch ein Special Skin Komm, dann mach ich die auch immer zu Ende Ja, die hab ich auch nicht mehr Okay Ich würd sagen, Leute Ich mach jetzt hier meine letzten 10 Spins Und entweder ich ziehe jetzt hier einen Special Skin oder dann ne Dann bin ich wirklich raus Komm schon Leute, alle gemeinsam Special Skin Special Skin Der kommt jetzt Warte mal, ich hab grad einen legendären hier gezogen Ist das nicht wie ein Special Skin? Ähm, nein Also im blauen Im blauen Oder? Doch, 3% 3% 3%, glaub ich Ah, lol Ich hab hier aber einen legendären gerade gezogen Der Automat, der Gott nicht Nochmal einen legendären mitgenommen Okay, komm Komm schon Lol, Lukas, du hast einfach nur den Mr. Stumble Ja, ja Ich hab nur den Mr. Stumble Nummer zwei legendäre, ja, okay Dann Ja Dann würde ich sagen Gehen wir jetzt alle mal gleich in den Spinnen und vergleichen jetzt mal Nochmal, äh, ja Also, wir gehen hier auf alle und scrollen jetzt hier nach unten Und schauen uns jetzt hier mal an Ich bin noch im, ich bin noch im Glücksrat Ah, okay, okay, gut Also Oh, Stuhlensparmodus Bei dem die uns noch fehlen quasi Genau, genau Mir fehlen tatsächlich noch 1, 1, 2, 3, 4 epische Wie viele epische fehlen euch noch? 4 Alle 4, lol Okay, wir müssen noch kurz auf Cap'n warten Wie viele epische Skins fehlen ja noch? Uns fehlen noch 4, alle Also, uns fehlen noch 4, äh, 4 epische Skins Wie viele fehlen dir? 3 Okay, 3 Mir fehlen tatsächlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 legendäre Mir fehlen 10 Mir auch 10 Voll viele legendäre 13 Und dann fehlen mir noch 2 Special Skins Ja, mir auch Ja, mir auch Boah, okay, also ich glaube, äh, dann hab ich durch die legendäre Skins, glaub ich, schon mal mehr Punkte als Lukas und Pat Jetzt kommt's an auf Kevin Kevin Wie viele Special Skins fehlen dir mehr? Keine, gell? Hätte ich ja keine Wie viele legendäre sind, haben dir gefehlt? 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Und er hat ein, er hat, okay Ja, ich würd sagen, da geht ganz klar Plus nochmal diese 20 extra Puls für den ersten, gell? Ja, ich würd sagen, Kevin, da hast du auf jeden Fall haushoch, das auch für den gewonnen Dickes GG Ich glaub, da war, äh, Patrick sein Luck heute mal auf Kevins Seite, wenn er das so sagen kann Ja, stimmt Wirklich Geisteskrank Ja, dann würd ich sagen, Leute, welches Video gefallen hat, lasst mir mal sehr gerne ein Like und ein Abo da Checkt doch die Jungs ab Und würd ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, bis dahin, ich bin raus, tschau